Chemie Leipzig gegen Carl Zeiss Jena. Ein Traditionskracher vor ausverkauftem Haus. 4.999 Fans verwandelten den Alfred-Kunze-Sportpark in Leipzig-Leutsch in ein Tollhaus. Und das lag nicht nur an der Chemie-Nordwand. Nein, auch Jena und Trainer Andreas Patz hatten ihre Fans hinter sich. Die waren wieder auf Position zu allem bereit. Es wurde neblig. Binnen Sekunden verschwand der Platz im grün-weißen Meer. Ausrauch der Stimmung tat das keinen Abbruch. Nur die Sicht war ein bisschen trüb. Aber Lippenlesen bei Jagatic. Voll die geile Stimmung. Was für ein Ambiente. Chemie in grün, 12. Minute. Ball hinter dem Flutlichtmast. Bellot hat ne Idee, aber die hat er exklusiv direkt in die Füße von Maximilian Oesterhelwig. 1-0 Carl Zeiss Jena. Was für ein Start für die Thüringer Oesterhelwig. Mit Saisontor Nummer 7. Aber was für ein Bock von Benjamin Bellot. Da sagt Oesterhelwig einfach nur Danke. Bellot dann zu spät zurück im Tor. Carl Zeiss im Thüringen-Pokal letzte Woche ins Finale eingezogen. Nach einem 3-1-Sieg in Geratay. Chemie steht nach dem Sieg in Bautzen im Halbfinale des Sachsen-Pokals. Und hat hier die erste Möglichkeit. Sedlak direkt vor die Füße von Mauer. Szene bleibt heiß, weil Striezel den Ball im Spiel lässt. Tarek Reinhardt im Rückraum. Nochmal geblockt. Sedlak wieder in der Liga zurück. Im Tor. Und dann rettet Slama. Patz und Jena. Zuletzt 1-0 in der Liga gewonnen bei Tasmania. Es braucht weitere Siege, um nochmal auf Platz 1 zu schielen. 25. Minute erstmal. Chemie mit Mast und dem Freistoß aus guter Position. Aber Sedlak taucht ab. Hat den Ball. Es war ein sehr unterhaltsames Fußballspiel im AKS. Wieder Jena mit Österhellwig. Und dann Wolfram. Aber es ging weiter. Chemie bekam die Kugel nicht raus. Nochmal Österhellwig. Nachdem der Schuss von Wolfram zuvor zu zentral platziert wurde. Es war hitzig. Für Einwürfe vor dem gegnerischen Fanblock brauchte man dickes Fell. Da sprangen die Halsschlagadern von den Rängen fast schon auf den Rasen. Chemieskanter blieb cool. 35. Minute. Was sieht Miroslav Jagatic wieder? Einen Freistoß aus. Nicht so schlechter Position für sein Team. Dieses Mal eine Sache für Alexander Buri. Und Tor. 1 zu 1 erst sein zweites Saisontor. Aber ein wichtiges. Zum Ausgleich trifft den Ball satt. Position sehr zentral. Aber so wie Sedlak die Mauer stellt, muss er dann auch in der Ecke sein. 1 zu 1 zur Pause zwischen Chemie und Jena. Es war ein tolles Spiel vor tollem Publikum. Jena wechselte, brachte Kraus für Prokopenko. Da ist Kraus. Bekam nur Begleitschutz. Dann Justin Schau zog nochmal auf. Und die Ablage für Maximilian Wolfram. 2 zu 1 Jena. Fünf Minuten nach Wiederbeginn. Zehnter Saisontreffer für Wolfram Buri mit dem Strich ins Rechteck. Wolfram jetzt ins Linke. Keine Chance für Bellont. Der hatte kurz danach wieder mal einen ruhenden Ball. Und der wurde direkt wieder zum Bumerang. Schau bringt Eisele in Position. Jena jetzt klar das bessere Team. Mit einem Sieg sind es. Acht Punkte Rückstand auf den BFC. Sie blieben dran. Dringhut auf Eisele. Pfosten. Glück für Jena. Bisher nicht der Tag von Karl Zeiss Top-Torjäger Fabian Eisele. Er bleibt bei 14 Saisontoren stehen. Die 66. Minute. Auch Chemie wechselte Brachte Jeppel. Der legt raus auf Brückmann. Wolfram springt unten durch. Und dann Tarek Reinhardt. Zweites Saisontor für Reinhardt Chemie. Kommt erneut zurück. Und der passte mal ganz genau. Es ist der Tag der Fernschüsse. Das hier bisher der schönste. Das Momentum jetzt wieder bei Chemie Leipzig. Müller ebenso eingewechselt mit dem Ballgewinn. Und dann nahm er Tempo auf. Es gab jetzt Platz für Dennis Mast. Es war jetzt langsam das Drehbuch vom Hinspiel. 2 zu 2 damals bis in die Schlussphase. Dann traf Eisele in der Nachspielzeit zum 3 zu 2 per Elfer. Hier ist er wieder. Fabian Eisele mit dem Abschluss. Aber Bellot. Wer kann hier die letzte Pointe setzen? Nochmal Chemie. Surek. Vorbei an Stauffer. Und dann ging er zu Boden. Und er skippt den Elfmeter für Chemie Leipzig. In der 93. Minute. Erik Weisbach zeigt auf den Punkt. Zu plump verteidigt von Stauffer. Lässt sich da auswackeln. Und dann gibt es hier den Kontakt. Surek nimmt den natürlich auch dankend an. Es vergingen zwei weitere Minuten. Dennis Jeppel, der Eingewechselte, legte sich den Ball. Zwei, dreimal zurecht. Er übernahm die Verantwortung. 90 plus 5. Jeppel gegen Sedlak. 3 zu 2 Chemie. Und unter dem Jubelmeer der Abpfiff in dieser Partie. Jeppel sicher verwandelt. Chemie Leipzig gewinnt. Miroslav Jagatic musste sofort Autogramme geben. Sein Team auf dem Platz in völliger Ekstase. Chemie Leipzig bleibt auch im sechsten Heimspiel in Folge unbesiegt. Wir lagen heute zweimal hinten. Sind sicherlich auch durch die Fans zurückgekommen, weil die bedingungslos uns unterstützt haben. Und da merkt man halt, wie die für den Verein leben. Und das ist Wahnsinn. Ich glaube, das ist in dieser Liga auch irgendwo einmalig. Dennis Jeppel, der gefeierte Mann in Leipzig. Leutsch ergriff sich den Ball. Lief entschlossen an. Verwandelte entschlossen. Der Rest war einfach nur ein großes Meer an Emotionen. Sein fünftes Saisontor brachte Chemie den Sieg. Ich glaube, so ein Spiel hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Was so in den letzten Sekunden entschieden wird, dass ich dann auch den goldenen Treffer noch schießen konnte. Oder durfte. Kann man schon so sagen, dass es ein sehr schöner Moment in meiner Karriere ist. Wahrscheinlich auch der schönste Jahr. Und nach dem Autogramme geben ging es natürlich auch für Miroslav Jagatic schnell in die Kurve zu den eigenen Spielern und den Fans. Ja, auf sowas haben wir lange gewartet. Wir wollen wieder die Hütte voll haben. Zwei geile Fanlager, die für einen Verein leben. Und die wollen geilen Fußball sehen. Und das war heute ein Wechselbad der Gefühle. Und im Hinspiel hatte Jena das glückliche Ende. Und heute hatten wir das auf unserer Seite. Und ja, wir sind überaus glücklich. Und ja, deswegen kann man dann auch solche Feste mal feiern. Und das ist schön. Andreas Patz und Sportdirektor Tobias Werner. Gemeinsames Grübeln nach der siebten Saison-Niederlage. Das ist halt extrem enttäuschend, extrem bitter. Und ja, wir sind jetzt niedergeschlagen. Wir wollten die drei Punkte mitnehmen. Das war durchaus möglich. Haben gute Möglichkeiten gehabt. Haben gut gestanden, gut gearbeitet. Und ja, in der Art und Weise ist es extrem enttäuschend jetzt. Bediente Gesichter auf der einen Seite. Auf der anderen fast schon ein paar Kullertränchen. Bei Miroslav Jagatic. Einfach große Bilder aus Leipzig-Leutsch.